Wir haben eine Reservierung. Wo gehen wir jetzt hin, Baby? Start. Wohin? Ja. Mariantplatz zum Glockenspiel. Was bitte? Glockenspiel? Nee, richtig Glockenspiel. Alle vor eine Stunde. Noch nie gesehen? Noch nie gehört? Ja. Glockenspiel. Es ist groß, oder? Ja. So. Nee. Okay. Das hier geht da hinten los. Da ist dann einmal hier drüber. Darum ist es Glockenspiel. Es ist immer eine volle Stunde. Das hier geht. Was haben wir jetzt gerade gesehen? Das Radenspiel. Was gibt's im Rathaus? Ein Glockenspiel. Was ist der Hauptsitz? Von? Bürgermeister. Oberbürgermeister. Oberbürgermeister. Stadtrat und Hauptsitz der Stadtverwaltung. Richtig? Gefälliger Satz. Ja. Das ist schön. Guck, das ist die Welle. Das ist die Surferwelle. Du musst vorne mehr pushen als über der Welle. Von der Welle gehst du mit, aber da musst du pushen. Aber das ist der Eisbach in München. Das ist die Surferwelle. Du musst auf den Nachstrahlen. Du musst de nicht auf die Schmerzen beiteln. Wir beherrn. Du musst den Nachstrahlen. der Ingenie�로. So, jetzt kann ich dir erklären, warum der Eisbach Eisbach heißt. Warum? Der Eisbach wurde von einer Skelle entwickelt, weil die Isler Überschwemmungen hatte. Der Eisbach ist praktisch die natürliche Überschwemmung von der Isler. Die Isler entspringt in der Donau in Österreich, in Tirol. Das bedeutet also, du hast gar nicht so unrecht mit dem Schmelzwasser. Weil das Schmelzwasser kommt mit der Isler Richtung München, Richtung hier in die Stadt. Und das hier, was du hier siehst, ist Wasser von der Isler im natürlichen Schwemmungsgebiet. Weißt du? Wenn das hier nicht wäre, wäre die Isler vom Wasserpick in Höhe. Und der Eisbach, der geht durch komplett München und ist der längste Bach, der längste kleine Fluss im Englischen Garten. Und der Englische Garten beginnt hier und du kannst im Englischen Garten bis hoch zum Flughafen laufen. Das ist ein riesig englischer Garten. Kann ich dir gar nicht sagen, aber die Isler ist 297 Kilometer, 270 Kilometer. Und das Ganze hier, dieses Surfen hier im Eisbach entsteht durch eine Betonplatte. Diese Betonplatte siehst du da unten, bei klarem Wasser und Sonnenverhältnis siehst du diese Betonplatte. Dadurch kommt diese Wölbe, wo man surfen kann. Und das ist ein ganz anderes Surfen wie normalerweise. Beim normalen Surfen, Mellenreiten, wirst du von der Melle mitgetragen, mitgeschoben. Hier musst du dein Körpergewicht nach vorne schieben, bis du gegen den Strom surfen kannst. Du surfst ja normalerweise mit dem Strom, weißt du? Da musst du gegen den Strom surfen. Das Wasser kommt von da und du surfst in diese Richtung. Das bedeutet hier ist es wesentlich schwieriger. Hinten dran ist der englische Garten, da kannst du im Sommer chillen und chillen. Und da sind hunderte und tausende Leute. Mit Slackline, mit Frisbee, mit Football, mit Fußball, mit Bier sind da hunderte Leute im englischen Garten. Und Leute, du surf. War gut? Ja. Wo ging es hin? Jetzt möchtest du noch sehen von München. Wie lange braucht man bis hoch? 18 Minuten circa. Zu Fuß? Ja. Wenn keiner vor allem ist. Du musst den Schocken. Bei Lempfen. Das ist hier ganz schön eng, Schatz. Ich muss hier ein bisschen gucken. Das wäre ja keiner entgegenkommen. Was? 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 Du hast dich? Wie lange wird? Du hast du in den Karten? Du hast du schon angeneforszen, oder? Du hast du dich auf Milch? Du hast es mit Runde und Backen? Du hast es. Du hast es mit Runde und Backen. Du hast es mit Runde. Was hast du geschmeckt? Was gab's zu essen? Schweinshoxen und Hackbrafen. Hackbrafen, Hackbrafen. Hat's geschmeckt? Jetzt haben wir noch Schloss Nymphenburg und Olympiapark. So zum Schloss Nymphenburg, swipen wir. 16,64er Kurfürst, Ferdinand Maria hat es für seine Frau gebaut. Aus Liebe zu seiner Frau gebaut. Für seine Frau gebaut. Und das ganze hier hinten dran, alles hier, was du hier siehst. Der ganze Garten, alles, dieser ganze Park führt alles dazu. Die Luftbildaufnahmen sind gigantisch. Und das ganze hier, dieses ganze Schloss, hat er alles für seine Frau gebaut. Die Luftbildaufnahmen sind gerätig. Die Luftbildaufnahmen sind es für die Frau gebaut. Und das ganze Zeit. Und das ganze Zeit. Die Luftbildaufnahmen sind geschehen. Und das ganze Zeit. Die Luftbildaufnahmen sind geschehen. 1900 waren 72 oder 71? 1972 haben hier die 20. Olympischen Sommerspiele stattgefunden. Da oben, ja. Da ist das Restaurant 180 Sternrestaurant, da war ich vor genau zwei Jahren. Und da kannst du auch hochfahren und für den Aussichtsplateau, da kannst du dabei ganz nützlich fahren. Ich glaub, es hat wenigstens. Das kann sein, aber auf jeden Fall, das ist hier alles Olympiapark. Da hinten ist BMW, da ist eine BMW-Polinder. Und hier haben 1972 die Olympischen Sommerspiele stattgefunden. Und jetzt ist es nur noch ein Austauschort von Sportarten. Oder von Sportarten. So, Babe. Das war's noch München. Das war dein letztes Zollerheim. Oder willst du noch einen Biergarten aus trinken? Biergarten, weiter hinten. Mal gucken. Willst du? Ja, mal schauen, ob da ein Blatt frei ist. Bitte? Mal gucken, ob da ein Blatt frei ist. Ein bisschen Sommerfeeling, Baby. Was sagst du abschließend zu München? Sonne, Sonne. Sonne, Sonne. München? Ja. Ja. Was haben wir jetzt gesehen? Wir waren heute am Marienplatz. Dann waren wir auf dem Aussichtspunkt. Wo waren wir noch? Wo? Am Eisbach. Am Eisbach, das läuft wieder. Bestimmt. Da waren wir noch. Dann waren wir Schloss Schlöpf-Nunfenburg. Der gute Kurpfürst, der für seine Frau das Schloss gebaut hat. Und jetzt haben wir noch Olympiapark und haben die BMW-Zylinder gesehen. Abschließend sagst du, wie ist München? Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht? München ist okay, aber ich schätze mir leider nicht. Besser als Wiesbaden? Anders. Ja, klar. Aber da wohnen München ist ganz schön. Wohnen würdest du nicht wollen? Ja. Okay. Skala von 1 bis 10? 6. 6. Das ist doch... Ja, da ich den Eisbach halt sehr geil finde oder den englischen Garten sehr geil finde. Ja, aber nur deswegen nicht. Nee, nicht nur deswegen, aber... Ja, aber deswegen nicht. Ja, aber weil es halt viel grün ist und du halt einen großen Park hast, würde ich auch 7-8 Punkte geben. Machen wir noch mal Zeit. Ja, guck mal, was macht der da? Ja, guck mal, was macht der da? Nee, ist das Schief? Ja, Langlaufsch... Äh, Langlauf... Äh, Langlauf... Nein. Nein. So, jetzt geht's ab nach Hause, ja? Vielen Dank für die tollen Trips. So, jetzt geht's mal. 꾸